Verkifftete Kuchen und tödliche Plätzchen. Eine Gazillentorte. Au ja! Verdorbene Makronen. Nicht übel! Torte mit Schleunge. Klasse! Kirschtorte mit Gurare. Lecker! Pudding mit etwas Arsen. Genial! In dem Kessel mit Schleunge kochen wir erst Carpetin. Darauf ein Narkotikum, einen Schuss Petroleum. Oh, zwei sind vielleicht besser. Ein, zwei Tropfen Jauchensaft. Blut von Fliegen massenhaft. Ein geplatztes Spinnenbein. Und dann Wurstasauce rein. Nein! Dann eben nicht. Wenn Arsen am Kochen ist, kommt da zu viel Pferdemist. Dann zwei Messerspitzen weg. Abgeschabtem Fensterkitt. Nein, 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 ich lebe doch lieber drei. Dazu passt besonders gut. Zart gequirltes Möwenblut. Ein geschrumpfter Hexenhals. Und darüber etwas Salz. Nein! Warum nicht? Tote Ratten in den Topf. Kobra-Gift, wenn's geht vom Kopf. Drei Orangen ausgepresst. Das gibt jedermann den Rest. Ich gebe doch lieber nur ein Stückchen rein. Und zu aller guter Letzt werden Pillen zugesetzt. Das wär alles, denk ich wohl. Nein, es fehlt noch Vitriol. Nein! Oder doch? Also, ich weiß doch, was gut schmeckt. Dieser vor Ding mit Arsen kommt den Galliern bös zu stehen. Was frisst morgen früh am Nil? Die Familie Krokodil. Gallierfleisch! La Ponierla-Dlahe Lune! Wow! Hehe! Ja, ja, ja.